Servus liebe Gaming-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In den Kommentaren habe ich ja schon öfters gelesen, dass einige Probleme haben in Diablo Immortal schnell voranzukommen in Sachen Kampfwertung, die eben bestimmt, wie stark ihr seid und zum Beispiel, das ist auch ein großer Punkt für Hölle 3, ist vom Paragon-Level nicht so super schwierig zu bekommen, aber ihr braucht eine Kampfwertung von 2120 oder das wird empfohlen, dann geht diese Warnung weg, wo dann hier in der Mitte steht hoher Schwierigkeitsgrad. Die Frage ist jetzt, wie kommt man denn effizient und schnell an Gia als Free-to-Play-Spieler? Gerade da ich oft gelesen habe, dass man so ab 1800er Kampfwertung schon an einer Wall hängt, wo man nicht weiterkommt. Ich bin noch nicht ganz so weit, ich habe die letzten Tage kaum gespielt, ich bin jetzt bei 1552, aber ich habe einen Guide gefunden, wo ein Spieler berichtet, wie man wohl am besten da hinkommt. Sprich, schnell Kampfwertung, die steigern und genug Kampfwertung erreichen für Hölle 3, wobei ihr diese Tipps an und für sich auch auf andere Stufen beziehen könnt. Ihr nehmt dann halt einfach den nicht höheren oder leichteren Schwierigkeitsgrad bei der Anleitung. Also, Ding Nummer 1, was ihr als erstes tun solltet, ist in dem Fall, wenn es um Hölle 3 geht, Paragon-Level 80 erreichen. Ihr braucht für die Inhalte, die ihr aktuell begeht, ist es komplett wurscht, welche Kampfwertung ihr habt, da ihr, wenn ihr in Hölle 2 seid oder dann halt in Hölle 1, wenn ihr dann euch Richtung, weiß nicht, 1000, 1200 macht für Hölle 2. Es ist komplett wurscht, wenn ihr einmal über diesen Schwellenwert drüber seid, ihr werdet zwar stärker, ja, aber euer nächstes Ziel ist erstmal, erreicht die nächste Paragon-Stufe und alles, was ihr da an Items kriegt, ist Bonus. Alles, was euch besser macht, ist sehr, sehr gut, aber ihr müsst noch nicht gezielt darauf hinspielen, wirklich ständig bessere Ausrüstung zu bekommen. Als nächstes sagt der Guide, ich verlinke euch das Ganze auch nochmal in der Videobeschreibung, ist, Set-Teile zu bekommen. Und das sind halt hier diese grünen und da geht es nicht unbedingt darum, ein Vierer-Set voll zu kriegen, das ist nochmal nicer, aber worum es hauptsächlich geht, ist generell Set-Items zu bekommen, weil die Stats da drauf, diese Attribute eben sehr, sehr gut sein können. Also ihr seht allein hier, der Unterschied, hier habe ich ein Hölle 2-Item von Stufe 50, ähm, gegenüber, hier habe ich 105 Attribute drauf, und das hier ist aus Hölle 1 von Stufe 5 und hat 47 Attribute drauf, also über 50 weniger und so ist halt auch der Sprung von Hölle 2 auf Hölle 3. Wenn ihr Set-Items ausstatten könnt, geben euch diese laut Guide im Schnitt bis zu 50 mehr an Attributen und in dem Fall entspricht das ja dann auch der Kampfwertung, die erhöht wird. Also ihr wollt unbedingt Set-Teile aus Hölle 3 bekommen, aber das ist halt schwierig, wenn ihr selber noch sehr schwach auf der Brust seid und nicht die nötige Kampfwertung habt. Der Tipp, der hier genannt wird, ist, ihr solltet, wenn ihr keine Gilde habt, die euch hilft oder Freunde, über die Gruppensuche gehen. Ab, äh, Paragon 80 könntet ihr euch dann für diese Gruppen hier bewerben. Hölle 3 bei vielen, und das war auch meine Erfahrung, auch wenn ich für Hölle 2 zu wenig Gier hatte. In den meisten Gruppen wurde ich trotzdem mitgenommen, die Leute haben mich dann durchgezogen. Ihr könnt, wenn ihr nett seid, schreibt den Leuten, dass ihr vielleicht etwas zu wenig Gier habt, andernfalls, wenn ihr eingeladen werdet, versucht einfach so wenig wie möglich zu sterben und kein Klotz am Bein zu sein für die Gruppe, dann sollte das gehen. Natürlich müsst ihr dann Glück haben, ähm, mit den Drops und so weiter, hängt dann auch davon ab, wie viel ihr spielt, aber jedes Item sollte euch einen ordentlichen Push geben. Danach, wenn ihr 3 bis 4 Setteile habt, solltet ihr zu den Herausforderungsportalen gehen. Ähm, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, welche Klasse ihr spielt. Ihr könnt, oder ihr solltet dann bis zu Stufe 60 spielen, weil ihr ab Stufe 60, wenn ihr das geschafft habt, und das ist dann wie bei Stufe, ähm, was war's, war's 30? Ja, 30, ja, 30, ihr seht hier, wenn man 30 geschafft hat, zu reden von Paragon 30, verbessern Gegenstände aus Herausforderungsportalen, Ältestenportalen, Aktivitäten, im Kreislauf des Konflikts und von Händlern. Und wenn ihr das mit 60 gemacht habt, entsprechen die Items aus Herausforderungsportalen und so weiter und so fort vom Bestiarium, von diesem Händler, ähm, wo ihr Items für Gold kaufen könnt, dann können die auf dem Level von Hölle 3 sein. Also das ist dann auch ein guter Bonus. Und selbst wenn ihr Aktivitäten in Hölle 2 absolviert, aber ihr habt das vorher freigeschaltet für Hölle 3, droppen die trotzdem auf dem Niveau von Hölle 3. Also das ist ziemlich, ziemlich nice. Dann sollte man wohl Vitat Stufe 1 machen, wofür man 2000 Kampfwertungen benötigt. Wenn ihr die ersten Schritte gemacht habt, ist man laut Guide wohl in dieser Reichweite. Und was ebenfalls noch zu beachten ist, ist, dass ihr euch sonst noch durchziehen lassen könnt von Freunden. Oder manchmal finden wir hier bei uns auf dem Server wirklich Nachrichten, wo die Leute auch welche durchziehen. Die Community ist teilweise echt sehr, sehr hilfsbereit. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Und keine Angst, wenn ihr zum Beispiel für dieses Stufe 60 Portal, ist glaube ich heraus, oder ist auch um die 2000 Voraussetzungen, um das zu schaffen. Und je nachdem, es kommt da ein bisschen drauf an, welche Klasse ihr spielt, aber in dem Guide und in den Kommentaren haben manche Leute gesagt, sie haben die 60 geschafft mit einer Kampfwertung von 1850, 1900. Also einfach mal probieren. Die Gegner werden zwar wahrscheinlich eine hohe Schwierigkeit angezeigt bekommen, aber ihr solltet es trotzdem schaffen, je nachdem, welche Klasse ihr spielt. Danach könnt ihr, wenn ihr um die 2000 seid und diese Schritte erledigt habt, anfangen, Hölle 3 zu farmen. Mit um die 2000 Kampfwertungen solltet ihr, ähm, solltet ihr zwar nicht allzu leicht durchkommen, aber die Gegner sind machbar und ihr könnt Aktivitäten in der Open World machen, etc. pp. Und da hoffen, dass weiterer Loot droppt. Ebenfalls sehr, sehr nützlich sind versteckte Horte. Wenn ihr da mit reinkommt irgendwo, die haben kein Zeitlimit und die Bosse haben eine erhöhte Chance oder eine gute Chance, Legendaries zu droppen. Also die Dinger solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, diese World Events, wo, äh, dann verschiedene Aktivitäten von euch gefordert werden, haben auch eine gute Chance, euch zu verbessern. Ähm, laut dem Guide, wenn ihr jeden Tag ein bisschen Zeit reinsteckt, sollte man innerhalb von ein bis zwei Tagen seine Kampfwertung erheblich um mehrere hundert Punkte steigern können. Aber das würde ich jetzt mal in Klammern setzen, da das dann doch, denke ich, mehrere Stunden Spielzeit pro Tag voraussetzt. Und ich glaube, oder nicht weiß, ob da jeder bereit ist, äh, diese Zeit in dem Maße zu investieren. Aber, das ist der Tipp, den es gibt, um schnell voranzukommen. Wenn ich an der Stelle bin, werde ich das natürlich auch mal ausprobieren. Ansonsten könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch sonstige Tipps habt, wie das besser vorwärts geht. Damit danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, um mich zu unterstützen. Bei 1000 Abos, ich habe es schon öfters gesagt, gibt es das große Abonnentenspecial. Und damit sage ich, bis dahin, habt noch ein schönes Wochenende reingehauen. bis zum nächsten Mal wird er. Bis zum nächsten Mal.